Hallo und Willkommen hier bei Insane in Aetheroff. Ja, Warkling, wie's kommt? Bei mir ist der Warks und der Junts. Ja, du hallo erstmal. Ja. Und ich bin sein Zwillingsbruder. Und wir machen heute Arena. Mit Livestream. ARENA. Der ist grad echt am abkackt. Ja, also, warum lag ich wieder? Ja, also, wir haben Livestream, wir verstehen mich nicht. Aber ihr hört mich ganz klar und deutlich. Das langt ja. Ja, wart 10 Sekunden. Ja. Ein, oh, ein, oh, ett, oh, beschweren. Achso, ja, auf wen wollt ihr überhaupt gehen? Auf den Shami? Fuck! Geht's selbst? Links. Verstecken. Die sind alle unsichtbar, die Huren. Wieso ist der Shami unsichtbar? Achso, wegen einem Schurken. Ja. Ja, lass mal da nach rechts gehen. Achso, ne, die sind rechts, die sind rechts. Ups. Ich bin ausgeschaltet. Kann mich aber durch mein, äh, Ding retten. Aber du hast die Insignia jetzt nicht benutzt, oder? Nein. Ich hab einen Hexen im Griff. Wackle, da, da, Wack springt schon rein. Na, betäubt! Ich, äh, mach den Todes, ich fiel den Todesritter, die ganze Zeit. Desorientiert, ey, ich bin ein Idiot. Betäubt. Alter, er stunnt mich wieder, die Hure. Auf wen gehst du denn drauf? Auf einen Germano, oder was? Alter, was ist denn das für ein verficktes Drecks? Arschloch rennt die ganze Zeit durch, äh, die Säule. Geh mal auf den Schurken hier. Schwuchtel. Oder auf den... DK. Alter, was macht denn dieser... Geh auf den Schurken. Geh auf den Schurken. Geh auf den Schurken. Wo ist denn der Shami? Geh auf den Shami, geh auf den Shami. Geh auf den Shami. Geh auf den Shami, geh auf den Shami. Geh auf den Shami. Geh auf den Shami. Barkley. Out of range. Geh auf den Shami. Geh auf den Shami. Ich hab hier Problem mit dem Todesritter. Geh auf den Shis 문 lang сил. Und jetzt auf den Shami. Geh auf den Shami. Go, go! Na de, ich hasse Huchen überall wie die, ey. Alter, ich hasse Huchenbängel wie die, ey. Eih! Ich sterb! was solltet wie geht das halt so ob du bist tot neuerlter der jahr ja nur wer waren als zu ihr könnt euch hinlegen Das bringt nix. Borgs, wenn sowas ist, wir müssen auf die Delays gehen und dann... Ja, ich hab nicht mal Massenfiel in der Leiste, Alter. Das war der erste Kampf, komm. Schau auf, sterbt. Ich suche die ganze Zeit, oh, wie das verfickte Massenfiel. Gürtel geht nicht, glaube ich, oder? Ja, aber Handschuhe hatte ich nicht draußen. Ja, jetzt schau mal. Die waren viel höher gewertet, wie die reinkam. Ja, die Hurenkinder sollen sich verpissen. Dreckigen Hurenfotzenkinder. AKs sind. Dreckige AKs. Aufnahme noch? Ja, die ist noch an. Das können die Leute ruhig hören hier auf YouTube. Wichser da. Scheiße, ich hab keinen Folie an. Gürtel kann man nicht benutzen, oder? Nee, geht nicht. Nee. Da kann ja auch schief gehen und dann mit dem Arsch. Ja, die zweite Runde hier auf die Nachricht. So, wir nehmen ja noch mit auf, ne? LOL, ich hab immer noch den Portumhang an. Alter. Alter. Die ganze Zeit. Toll, Wax. Wir haben dank dir verloren. Ja, und ich hab die Verzauberung, ja, die Geister, nicht auf die Waffe gemacht. Erinnert mich bitte dran. Buggly. Super Z, die Waffe geben. Alter, was sind wir für ein Arena-Team? Sofort, nee, jetzt nicht versteckt, sondern sofort auf den Paladin. Sofort auf den Paladin. Sofort nach vorne. Okay, ist nicht da. Tolle Taktik. Es sind zwei Dekars und ein Paladin, und die sind nicht da. Auf den Paladin. Ja, auf den Paladin. Ach, da ist noch ein Schuhgurke. Wo ist denn der Paladin? Wo ist der denn? Hinter der Säule. Der rennt immer hinter der Säule rum. Sprecht mit der Säule. Go, go. Alter, Wax. Scheiße, ich stirb. Es geht mit dir ab, Alter. Alter, ja, die gehen alle auf mich. Die haben gesehen, dass ich kein... Alter, Wax. Alter, es ist so ein Drecks-Huren-Paler-Kind. Alle Paladin sind so so schwul, Alter. Ich hasse Horne. Äh, Kalasch. Horne sowieso. Wir brauchen Gegner, die keine Heile haben. Kannst du mich heilen? Nee, bin desorientiert. Alter, ey, fickt euch einfach. Ihr Fotzenkinder. Ja, ich hasse sowas, wenn einer um die Statue herumläuft. Der Paladin läuft die ganze Zeit um die Statue herum, dass man ihn nicht erwischt. Alter. Ja, Schwuchtel halt. Das musst du auch machen. Ich kriege keinen Damage ab. Die gehen halt alle auf Wax, weil Wax gehen. Ja, Wax, dann renn du halt um die Säule rum. Warte mal. Wenn du Alkohol. Schwuchtel, Flammenwächter. Das ist der Schnick. Die sind nicht weiter. Von die ewige Wacht. Schwuchtel. Das ist auch noch ein Rollenspiel-Sauber. Wir wurden von Rollenspielern besiegt. Nein. So, und jetzt gewinnen wir. Alter, Schwede. Endlich keine Säule, wo wir rundherum laufen. Unboxing. Psst. Wir nehmen jetzt für Insane auf. Alter, zwei Schurken und ein Disciple's Day. Ist das denn verarscht oder was? Insane in the brain. Insane in the membrane. Insane in the brain. Du wolltest schon wieder eine Woche rum. Schon wieder ist eine Woche rum. Die zweite, die, das ist jetzt hier die vierte Folge, wo ihr... Sterne. Na? Schnauze! Wax, lutschen. Bitte? Lutschen, die Slauter. Was kann ich? Was soll ich machen? Alter. Gäß, Junge. Warum ist denn der jetzt rausgegangen? Der kann ruhig weiter zum Brüllen, um die Motivation zu steigern. So, was machen wir jetzt? Ja, wir werden gegen die sowieso verlieren. Ey, der ist Sack. Nein, nein. Wer ist das denn? Komm, wir gehen auf den... Auf den Priest, Gogo. Auf den Priest. Wir verstecken uns nicht, wir rennen genau rüber und gehen auf den Priest, Gogo. Voll überraschungstaktiv. Ja, die können in Stealth gehen. Die gehen sogar sicher in Stealth. Ach, in Stealth. Das ist alles. Auf den Priest. Auf den Priest, Gogo. Auf den Priest. Sofort hin und auf den Priest. Auf den Priest, Gogo. Pier den mal. Pier den mal. Habt ihr D? Drecks. Drecks, Priest. Ich kann ihn gleich wieder vieren. Ich vieren. Okay, wir haben vier Immun. Auf... Dann... Dot mal die Schurken mit zu. Nur zu doten. Der Versuch zu fliehen, der eine. Ich renne ihm hinterher. Der eine Schurke ist tot. Nice, Alter. Nein, gleich. Hey, noch nicht. Geh drauf. Absorbiert doch. Ein Schurke down. Wir schaffen es nicht. Auf den Priest, Gogo. Nein, auf den anderen Schurken. Der hat keinen Mana mehr. Auf den anderen Schurken. Egal, auf den Schurken. Lol. Nice. Siehst du, was ein vier ausrichten kann, Alter? Ich hab die ganze Zeit einen Priester beschäftigt, Alter. Ja. Wapperst du? Wir müssen einfach beide Schurken zu doten. Nice. Fertig. Juhu. Juhu. Die war... Juhu. Livestream. Schau mal die Wertung von dem gegnerischen Team an. Schau dir mal die Wertung an. 1.161 gegen 1.286. Ja, jetzt ist ja nix. Nice. Ich hab keinen Bock. Okay, die machen keines. Die Geistrupps haben sogar noch was abgezogen bekommen, die Wichser. Haha, ich lach mich tot. So. Ja, für Insane muss ich ja noch aufnehmen. Es sind wieder dieselben Nuts. Insane in the membrane. Insane in the membrane. Insane in the brain. Go, 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 bugle. Der ist unsichtbar. Egal, komm. Die laufen eh nach links. Jetzt mach ich 4. Wir beginnen die Kampf. Jetzt sind sie draußen. Das ist cool. Auf der einschuken. Nice. Nice. Und das garantiert. Ja, eine Shoot. Nice, alter. Diese Kacklu. Oh, yeah. Und das mit ohne, ohne Gier, Alter. Ohne Gier. Achso, ich start mal hier. Der hat schon aufgegeben. Der hat schon aufgegeben, der Priester, oder? Weil er hier flüchtet. Ja, der wird kassiert. Nee, der kann es nicht. Aber jetzt. Weil er von dir flüchtet. Der hat schon aufgegeben, der rennt wie verrückt rum. Nice. Ja, was für ein Kacklubs das sind. Jetzt ist, guck mal, jetzt ist es. Die haben noch 20 Punkte. Jetzt sind wir gleich, ja. Ja. Gut, wir kriegen nur 1000. Wir kriegen nur 4 und 3 Schwertungen. Wie gut sind wir denn? Yeah. Nice, alter. Komm, die Spaß ist, kommen wir jetzt auch mal dran. Hoffentlich. Direkt noch einmal anmelden. Nice. Wirklich, gell. Alter. Das wird nicht einfach. Wie kann man nur so scheiße feige sein, ey? Mit einem Plattdicker. Egal, komm, wir haben vorher gesagt, die schaffen wir auch nicht. Auf wen gehen wir? Auf den Shami. Wir müssen wieder... Blutdicker. Wir müssen... Blutdicker. Ja, der Shami wird auch. Wir verballern unsere Mana auf den Blutdicker. Der Shami wird die Säulen ficken wieder. Wir müssen irgendwie gucken... Hier gibt es doch keine Säulen. Nein, wir rennen genau hin. Wir machen wieder die Überraschungstaktik. Wir rennen hin und gehen alle auf den Shami. Komm. Okay. Ja, das machen wir jetzt. Wir haben so und so keine Chance. Das passt. Lass uns doch neue Wege gehen. Einfach rechts und auf den Shami. Wie rechts? Geradeaus, meinst du? Wie geradeaus? Wo sind wir denn überhaupt in welcher Arena? Achso, LOL. Ja, geradeaus, auf den Shami. Auf den Shami. Und nicht auf den Blutdicker. Der macht eh kein Damage. Jetzt rennt der wieder. Jetzt rennt der wieder um die Säule, Alter. Auf den Shami. Auf den Shami. Der Shami. Oh, der war fast down. Ja, der hat's in den Toten gestellt. Ja, nice. Ist der down? Juhu. Borgz, den hast du eben alleine gemacht, du Arsch. Den hast du eben alleine gemacht. Ja, klar. Ja, sicher. Alter, Leute, die können immer noch gewinnen. Quatsch. Ja, sicher gewinnen wir. Die gewinnen nicht. Schau mal, jetzt ist gleich der Ding tot. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Krieger hat Death Stands drinnen. Geht's auf dem Blattdicker. Oh, der hat Ding an. Jetzt, jetzt auf dem Blatt. Was? Soll ich viermal rein? Oh, yeah. Eben noch gemeint. Oh, ich guck mal, wir sind weniger, Alter. Alter, wie geil. Ja, siehst du, das sind die Überraschungstaktiken. Die glauben, die würden nie denken, oh, warum kommen die jetzt? Hey, cool, der Volk. Borgz, du Arsch, drei Tonstöße. Aber ich hab mehr Damage gemacht. Guck mal, ich hab fast doppelt so viel. Ja, ich hab den Chummy allein gemacht. Ja, ey, wie kriegst du so viel Damage raus, du Sack? Nice. Ja, einfach bürsten. Nice, 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 nice. Weil ich kein PvP-G anhab. Insane Ausnahme gestartet. Wieder die Sämen in der Membrane. Insane in der Membrane. Die machen wir jetzt Blatt. Einfach ohne Angst hinreiten und gib ihn, Alter. In die Fressnene. In die Gauschen. Ich habe einen Chami im Target. Ups. Die sind oben. Die denken auch wo sind die? Der Chami hat weg. Auf den Chami jetzt! Auf den Chami jetzt! Auf den Chami! Yes! Jawohl! Wie nice! Wie nice! Wie geil ist das denn? Ich habe schon gezittert weil die Scheiss auf mich gegangen sind. Ich kotze ohne Witz. Joom. Ich heil dich mit. Barstern, Barstern. Oh wie geil ist das denn? Hammermäßig. Einfach downjugend die Spastis. Nice! Einfach downjugend. Woohoohoo! Ey die heulen ohne Witz. Free! Free Loot ist das. Nice! Nice! Wie die ein Wertung verlieren. Geil. Einfach nur geil. Ja wirklich. Jetzt überlegen wir mal. Das sind voll die PvP-Spieler wahrscheinlich. Die machen die ganze Woche nichts anderes. Die PvP-Spieler? Nicht so wie wir. Ach da werden die... Ach die guten PvPler sind doch viel weiter oben. Die sind doch viel weiter oben als wir. bei mir? OP 2018